Sven gewinnt schon wieder. Das zweite Live-Game hintereinander, wobei das andere ja ein offizielles Live-Game war. Und das war ein Heads-Up-Bild. Und hier schippt er es wieder. 20€. Aber 15€. Ja, er kriegt halt auch Hände. Mit weniger wie 5 BW call ich 8. Was ist da das gleich? Der A7. Der A7 suited mit genau 10 BW. Im Blind-Battle. Im Blind-Battle, Junge. Der Racer nicht pusht. Lucky Sven out alle hier. Aber Hannes hat ihn fast geknackt. Wenn er morgen kommt, dann musst du ihn knacken. Vorher hat er schon am Anfang Kontra gegeben. Hat er schon ein bisschen was gefoltert gegen dich. Wir haben bloß die Hand gehabt, da wo ich auch mal meinen Abflash mache. Auf jeden Fall. Glückwunsch. Das war glaube ich der dritte Schip jetzt. Vierte hintereinander. Nein, natürlich nicht. Also dann. See ya. Fuß an alle. auf jeden Fall. Die Hand. Die Hand. Die Hand.